Mein Name ist Adrian und in diesem Video geht es um den neuen Blackmagic Atem Microphone Converter. Blackmagic hat uns diesen freundlicherweise zum Testen zur Verfügung gestellt und das passt gut, denn wir haben hier gerade einen Livestream-slash-Podcast-Setup aufgebaut, wo genau so ein Gerät gut passend ist. Ich habe nämlich hier eine Studiosituation, wo ich nicht unbedingt noch eine weitere Person habe, die den Ton mischt, sondern ich habe eine Person, die hier PTZs steuert, die hier eine Bildregie hat und sich eben auch um den Ton kümmern soll. Und um jetzt hier nicht noch eine weitere Konsole zu haben, brauche ich eben die Audio-Eingänge direkt hier an meinem Bildmischer. Ich habe hier beispielsweise den Blackmagic Television HD8 ISO, auch ein relativ neues Gerät von Blackmagic und hier möchte ich jetzt die Tonsignale haben von meinen Mikrofonen. Ich habe jetzt in diesem Setup hier nur zwei Mikrofone, das könnte man sicherlich auch anders lösen, aber mit dem Microphone Converter kann man eben auch wirklich viele Mikrofone in so einem Setup zur Verfügung stellen, so dass ich eben über ein Kabel, das ist ein BNC-Kabel, was jetzt hier ankommt mit einem MADI-Signal und das kann ich jetzt hier reinlaufen lassen in diese Bildregie. Und dann habe ich eben von hier aus Kontrolle über die unterschiedlichen Mikrofonsignale. Sie liegen einzeln an. Ich kann sie einzeln hier eben wie als hätte ich hier, ja letztendlich ist es das. Ich habe hier quasi noch einen Digital-Audio-Mixer mit verbaut und die ganzen Schnittstellen sind eben nicht hier am Gerät selbst, sondern es ist einfach nur eine MADI-Schnittstelle und auf diese MADI-Schnittstelle kann ich jetzt bis zu 64 unterschiedliche analoge Audiosignale drauflegen mit dem Microphone Converter, quasi als eine Art Stagebox und das schauen wir uns vorne mal im Set an, weil letztendlich will ich nicht unbedingt jedes Mikrofonsignal hier bis zur Regie laufen lassen, sondern ich möchte natürlich dieses Mikrofonsignal möglichst da in digital wandeln, wo es auch anfällt und das ist vorne bei uns im Set. Schauen wir uns das auch mal an. Wir haben den Mikrofon Converter jetzt hier möglichst nah vorne im Set bei den Mikrofonen platziert. Ich habe hier jetzt zwei Shure SM7B über XLR angeschlossen und den Microphone Converter bei diesen beiden Kanälen eben auch auf Mic-Level eingestellt. Wir haben nämlich die Möglichkeit mit DIP-Schaltern am Gerät selbst die Einstellung vorzunehmen, ob es ein Mikrofonsignal oder ein Line-Signal ist und ob dieses Signal eine Phantomspeisung benötigt oder nicht. Genauso haben wir eben in dem Converter auch die Möglichkeit, noch eine Vorverstärkung reinzupacken. Ein SM7B braucht jetzt sehr viel Vorverstärkung, dementsprechend habe ich das auf Maximum aufgedreht. Zeige ich dir gerne gleich auch nochmal in der Software. Wir haben jetzt hier vorne den Mikrofon Converter. Zwei Signale laufen jetzt hier rein, vier Signale, analoge Signale kann ich maximal pro Mikrofon Converter hier eben reinlaufen lassen und das wird jetzt gewandelt in ein MADI-Signal. MADI steht für Multi-Channel Audio Digital Interface und dieses Signal läuft dann per BNC-Kabel eben hier MADI-OUT raus und in unsere Bildregie vorne rein. Ich kann jetzt mehrere von diesen Convertern aneinander hängen, also zusammen loopen sozusagen, bis auf 64 Kanäle. Ich brauche jetzt hier gerade mal zwei, also da kann man schon wirklich ein großes Set mit entsprechend ausstatten und diese Kanäle liegen dann einzeln auf dem Television HD8 beispielsweise vor und die kann ich dann individuell hier ansteuern mit dem Digitalmixer, der im HD8 beispielsweise auch verbaut ist. Das heißt, ich kann hier eben analoge Signale auf diesen digitalen Interface-Kanal bringen und das dann mit einem einfachen BNC-Kabel mit bis zu 64 Kanälen eben rausschleifen. Des Weiteren habe ich jetzt hier noch ein HDMI-OUT dran. Da haben wir jetzt einfach mal ein Video Assist angeschlossen, dass man mal sieht, wie das so aussieht. Da habe ich einfach eine kleine Übersicht über meine Signalwege per HDMI direkt angeschlossen als Monitor und ich habe die Möglichkeit, das Ganze hier ins Netzwerk zu integrieren mit einem Netzwerkkabel und den Anschluss per USB-C, um einen Computer anzuschließen, um Einstellungen vorzunehmen. Natürlich gibt es auch noch eine Stromversorgung an dem Converter selbst. Hier in der Blackmagic Converter Setup-Software sehen wir, dass ich über USB den Microphone-Converter jetzt hier an dem Computer angeschlossen habe. Wir können in die Einstellungen gehen. Hier finden wir zum einen die Möglichkeit, die einzelnen Spuren zu benennen und ihnen auch Farben zu geben. Wir sehen, ob wir hier auf Mic-Level unterwegs sind oder auf Line-Level, was sich per Dip-Schalter einschalten lässt. Und wir haben hier eben auch den Blitz, der uns anzeigt, ob wir Phantomspeisungen aktiv haben oder nicht. Hier unten finden wir die digitalen Pre-Ams. Wir sehen, Input 1 und Input 2 ist jetzt hier mit Mic-Level und maximaler Verstärkung seitens des Pre-Ams. Denn wir haben jetzt hier eben die Schuhe SM7Bs angeschlossen, die sehr hungrig sind, aber aufgrund des guten Noise-Floors von diesem Teil. Also wir haben ein sehr geringes Eigenrauschen bei dem Blackmagic Microphone-Converter. Und dementsprechend kommen auch so Schuhe SM7Bs hier echt gut rüber. Was mich stört an dem ganzen Setup, das hast du jetzt schon ein bisschen am Unterton mitbekommen, ist der Dip-Schalter von dem Gerät. Denn ich finde, einen Dip-Schalter, da fühlt man sich absolut nicht modern, wenn man das Ganze am Einschalten und Ausschalten ist. Das heißt, mit Dip-Schalter wird hier gewählt, ob ich ein Mic-Level habe oder ob ich ein Line-Level habe. Und das finde ich einfach uncool, das mit einem Dip-Schalter zu lösen. Und die Phantomspeisung muss ich auch mit Dip-Schalter an- und ausschalten. Das hätte ich einfach gerne per Netzwerk zum Beispiel gehabt. Einfach hier in der Software alleine geht es schon nicht. Also es muss wirklich der Dip-Schalter sein, was ich sehr, sehr schade finde. Der zweite Aspekt ist eher kein Nachteil von dem Converter an sich, sondern eher von den Geräten, die aktuell von Blackmagic in Kombination angeboten werden. Und zwar der Television HD8 ISO. Da kann ich ja eigentlich ein ISO-Recording machen, aber halt leider kein ISO-Recording von allen 64 MADI-Channels, die da reinlaufen. Das heißt, selbst wenn ich hier nur vier MADI-Channels reinlaufen lasse, habe ich nicht jeden einzelnen Channel als ISO-Recording. Ich habe bei Blackmagic dazu nachgefragt. Die haben jetzt erstmal keine großen Hoffnungen gemacht, haben aber gleichzeitig auch nicht ausgeschlossen, dass es nicht mit einem Firmware-Update in den Geräten noch kommt. Ich finde es nur wichtig, wenn man die Geräte miteinander verwendet, dass man es einfach weiß, dass man kein ISO-Recording jetzt von jedem einzelnen MADI-Channel hat. Was natürlich cool wäre, vor allem weil ja die einzelnen Channelen auch einzeln anliegen am Blackmagic-Mixer. Und der letzte Punkt, den ich sehr schade finde, das ist der HDMI-Out. Denn ich habe zwar diesen HDMI-Out, diesen Monitor, was ich ehrlich gesagt nur so ein bisschen als Gimmick sehe und nicht unbedingt zwangsläufig notwendig. Aber diese HDMI-Out ist halt ein HDMI-Out und kein SDI-Out. Ich hätte zumindest mal beides erwartet, weil ein SDI-Workflow wird vermutlich typisch sein mit einem Gerät wie diesem Microphone-Converter. Und das Zweite ist, ich hätte das gerne übers Netzwerk. Das heißt, ich möchte mich über die IP-Adress in meinem Browser mit dem Converter hier verbinden können. Und dann möchte ich diese Übersicht wie bei einer PTZ-Kamera beispielsweise auch als grafische Übersicht haben. Aber das Thema haben wir beispielsweise auch schon bei den Cloud-Pots und so weiter. Das geht dann immer nur per HDMI. Finde ich ein bisschen schade von Blackmagic. An sich finde ich es ein super gelungenes Produkt für viele Use-Cases mit beispielsweise so einem Setup wie hier, Studio-Setup. 4 bis 64 Mikrofone, je nachdem wie viele Converter ich da aneinander hänge, kann ich so wunderbar abbilden. Und gerade dann, wenn die eine Person für Bildmischung zuständig ist und für den guten Ton, dann ist es mit so einem Blackmagic-Setup schon echt eine spannende Lösung. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video hier weiterhelfen. Wenn du Fragen hast zum Gerät, schreib sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao.